Für die FDP-DVP-Fraktion erteile ich das Wort an Herrn Fraktionsvorsitzenden Dr. Rülke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP-Fraktion hat Defizite im Rettungsdienst in dieser Legislaturperiode schon öfter thematisiert, ohne nachhaltigen Erfolg. Das öffentliche Interesse hat sich jetzt deutlich verstärkt durch Recherchen des SWR. Wir wollen deutlich machen, wie sehr wir das Engagement des Ehrenamtes schätzen in diesem Zusammenhang. Und wir bedauern, dass die Thematisierung einmal durch uns und dann auch in der Folge durch den SWR, vielleicht bei manchen Ehrenamtlichen, in diesem Bereich als Angriff auf das Ehrenamt wahrgenommen werden könnte. Es ist völlig klar, dass dies nicht der Fall ist. Aber Faktum ist, dass wir uns außerordentlich schwergetan haben, zunächst einmal Daten zum Thema Rettungsdienst zu bekommen. Das Innenministerium hat sie, wie viele andere Informationen, lieber für sich behalten. Aber nach mehrmaligem Nachfragen haben wir dann doch herausgefunden, wie sich die Rettungsdienstzeiten in Baden-Württemberg in der Realität abbilden. Das soll ist, dass in 95 Prozent der Fälle der Krankenwagen- bzw. Notarzt in zehn Minuten, spätestens aber in 15 Minuten am Einsatzort sein soll. Das Ist des Jahres 2016 war 72 Prozent in zehn Minuten und knapp 95 Prozent in 15 Minuten. Bei den Notärzten war es so, dass 63 Prozent in zehn Minuten vor Ort waren und circa 90 Prozent in 15 Minuten. Die Notärzte selbst stellen immer wieder klar, dass die Zeiten hier zu lange sind. Es besteht also Handlungsbedarf in Baden-Württemberg. Vor allem sind strukturell etwa 20 Prozent der Bevölkerung in Randlagen unterversorgt, weil der Rettungswagen eben später als in 15 Minuten vor Ort ist. Die Gründe sind vielfältig. Zum einen hören wir seit Jahren, dass ganze Schichten wegen Unterbesetzung ausfallen. Außerdem haben wir in diesem Bereich einen deutlich erkennbaren Personalmangel. Gleichzeitig sind aber die Ausbildungsplätze für Notfallsanitäter in Baden-Württemberg gedeckelt. Das Sozialministerium vertritt laut unserer Großen Anfrage 16-42 die Auffassung, dass eine Ausbildungszahl von 350 pro Jahrgang in Baden-Württemberg ausreichend wäre. Aus unserer Sicht ist das nicht der Fall. Oftmals werden auch in der Praxis, das haben die Recherchen des SWR ergeben, Rettungswagen als Krankenwagen eingesetzt und fehlen dann im Rettungsdienst. Außerdem gibt es an manchen Bereichen veraltete Bereichspläne, die eben von der Rechtsaufsicht zu lasch kontrolliert werden. Diese Landesregierung weiß seit Jahren um die Probleme des Rettungsdienstes. Und das Rettungsdienstgesetz weist auch den Behörden, konkret etwa dem Innenministerium oder auch den Landratsämtern die Kontrollfunktionen zu, die sie zu wenig wahrnehmen, meine Damen und Herren. Wir sehen also nicht bloß bei den Informationen gegenüber dem Parlament, sondern auch in der Rechtsaufsichtspraxis seit Jahren eine Verweigerung des Innenministeriums, die Menschenleben in Baden-Württemberg kosten kann. Was ist also zu tun? Die Landesregierung muss ihre Aufsichtsrechte nun endlich wahrnehmen. Wir brauchen in unterversorgten Gebieten auch weitere Leistungsträger, die dort eingesetzt werden können. Der Paragraf 2 des Rettungsdienstgesetzes lässt dieses zu. Und offensichtlich, oder vielleicht werden wir das auch in der heutigen Debatte hören, gibt es ja mittlerweile auch ein Umdenken im Innenministerium. Der zuständige Abteilungsleiter Schröder hat ja dem SWR ein Interview gegeben. Ich darf zitieren. Wenn der Bedarf nicht erfüllt werden kann, dann muss man sich weitere Leistungsträger suchen. Recht hat er. Ich hoffe, dass das auch von der Hausspitze so gesehen wird und dass nicht Herr Schröder sozusagen von der Hausspitze wieder eingesammelt wird. Die Ausbildungskapazitäten für Notfallsanitäter, ich habe das schon angedeutet, müssen in Baden-Württemberg erhöht werden, zumal die Krankenhäuser ja manche abwerben. Also ist diese Zahl, die das Sozialministerium genannt hat als Deckelung, eben nicht ausreichend jährlich in Baden-Württemberg. Und es ist auch notwendig, den Missbrauch des Rettungswagens für den Krankentransport einzuschränken, meine Damen und Herren. Gehen Sie diese Probleme an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.